Okay, zum Salary Center Attack will happen in 10 minutes Ja, wo, wo? Naja, egal Ich versuche mich jetzt da durchzuschlagen Da oben, hin Da, da, da Na, was soll denn da schon schief? Gehe ich am Baseballschlächer Den ich noch nie im Kampf getestet habe Das ist ja immer gut Mal gucken, ob da oben vielleicht was ist Und ob ich Gegner spähen kann Na, Straße sieht gut aus Oh Ach, ach, das ist Ach so, das ist Asche Ich habe gedacht, da rennen Sie lauter Gegner auf der Straße herum Ich habe gar nichts gesagt Ich habe gar nichts gesagt Natürlich waren das Grafikeffekte und keine Gegner Das ist ja auch völlig klar Oh, das Gebäude könnte nach Lut aussehen Lut, Lut, Lut ist alles, was ich liebe Das ist mal ein schickes Maschinengewehr oder so Oh, das fällt nett Oh, ne Radde Unkaputtbar Ich glaube, ich gehe wieder runter Da wird wahrscheinlich eh nix sein Da wird wahrscheinlich eh nix sein Hm Na ja, übrigens scheint die Sonne erwähnt Das ist ja schon mal was Oh, ne Mauer Oh, ne Mauer Werden da ne Mauer aufgebaut Hm Vielleicht mal runter von der Straße Hm, nett, dass mich ein Spieler tötet oder so Und ein Block Das ist bestimmt wieder zum Verkaufen, oder? Man kann be used as a Depp on your farm Ach so, zum Craften für eine Waffe brauchen wir das Ach so, okay Das hört sich natürlich logisch an Oh, ein Hubschrauber Moment mal Moment mal Moment mal Assault-Rifle Assault-Rifle Weiß jetzt gut, nun Das hat doch ne Assault-Rifle Oder nur die Munition dazu Ja, Ranger-Trippen habe ich nix Barrel Hm Für mich hat es nach der Waffe ausgesehen, aber Nein, finde ich gut Das ist was, wo ich komisch finde Mal habe ich ne Pistole aufgehoben Und dann war es ne Munition War aber deutlich ne Pistole Pick-up-Pistol Und dann war es nur ein Pistol-Ammor So auch immer Wahrscheinlich haben sie noch kein Skin für die Munition Das könnte natürlich auch sein Also natürlich scheiße Da freut man sich auf ne Waffe Und dann ist es halt nur Munition Da bitte noch nacharbeiten Also ist das scheiße Ey, geil Ne Waffe auch nur Munition Hm Das finde ich scheiße Oder vielleicht habe ich die Waffe schon Nicht checks, bloß nicht Ne Tui Hm Ja, echt super Ich habe jetzt gefreut Oh, geil Gewehr und dann nur Munition Das ist Jetzt bin ich deprimiert Das ist Ich mag nimmer Jetzt mag ich nimmer Das ist so Depri Das ist so Ich arbeite Das ist so Ich mag dich Das ist so Und dann Ich mag Ich mag nix nix Vögelgezwitscher, nice, nice Fiep, 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 I am a sheep Nichts, gar nichts, hier ist nix, nach der Sailorys Center Da muss ich jetzt rechts über, so in die Richtung Ah, das ist ja schon mal Ah ja, da muss ich jetzt irgendwie nur noch reinkommen Rechts, oben Oh, Flashlight Head, nö Left Arm, Right Arm Muss ich das ausrüsten? Ich drück 11 aber Hm Press F to activate Nö, geht net an Naja, da kann ich auch nix machen Da geht's nicht rein Oder ist es da oben? Oder ist hier einfach gar nix? Das kann natürlich auch sein Sniper Weifel Achso, brauchen wir brauchen Sniper Weifel Achso, brauchen wir brauchen Sniper Weifel Achso Da ist nix Da ist nix Nix Ja, hier ist nix, nada Sniper Weifel Save to an Under Attack Okay, das ist ja gleich in der Nähe, dann geh ich da mal hin Dann sterben halt wieder, aber Ist ja egal Das ist ja der Sinn des Spiels, zu sterben und sich zu ärgern Quasi wie Dark Souls Zwei Am 25. April PC-Wassler Nein Ich hab was gehört Eins Zwei Zwei Schläge Drei Mit dem Messer habe ich vier Schläge gebraucht So brauche ich schonmal einen Schlag weniger für die kleinen Viechers Oh, ein Baum mit Skeletten oder Leichen Hm, nice Nice Da ist nix Da ist nix Oh, da oben ist ein Spieler, da oben ist ein Spieler, ich sehe an Da oben Und da ist ein Vieh Und da ist ein Vieh So, Charakter Äh, auf jeden Fall Miele Damage Mach ich mal voll Volle Bulle auf Miele Damage Jetzt kann ich auch blocken Und wenn ich sterbe, ist es wieder vorbei Saved Zone Secured Welcome to the Saved Zone Ich bin jetzt quasi in der Saved Zone Das ist ne Saved Zone Oh, da gibt's auch nen Jet Oh, da gibt's nen Jet Cool Gibt's ja sonst nie Und Jet ist ja mal völlig was Neues So, kann ich davon irgendwas craften? Für die Pistole brauche ich ne kaputte Pistole Plus... Ne, da hab ich gar nix I have nothing what I can do in this shop Nothing Ah, das ist ein Spieler Der hat nur nen Messer Kann ich da was machen, ne? Und ich kann nicht... ne? Can't fire in der Saved Zone Okay, das ist schon mal gut Dann kann ich da auch mal auf K gehen Achso, da kann man glaub ich so Kuriermissionen irgendwas machen Gibt's ja auch noch was zu kaufen Hm Da ist nix Da ist nix Nothing ist hier Toll, der hat nen Schwert Was hat nen Schwert? Das... Das... Beschiss Ich find auch ein Schwert Hallo Ah, da müsste doch noch irgendwo nen NPC geben Für so nen Global Inventory Hm... Hm... Ah, I Hier, ah Dann könnte ich da nämlich ein paar Sachen safen Wenn ich sterb Dann haue ich das erstmal alles rein, weil brauchen tue ich das ja jetzt eh net Ich wusste ja auch nicht, wo ich das verkauf könnte Das Flashlight tue ich auch mal rein Oh, hier ist eh noch nicht... Ist hier eh noch nicht so nützlich So, die Waffenbauteile kommen rein Baseballschlächer Ja, ich bin fast tot Deswegen Baseballschlächer da rein Nenn mal lieber wieder das Messer Ich habe ja nur noch 550 Leben Ach, da gibt es noch einen Store Ah, für Dollar Hm, was ist das? Oh, Mele Headshot 375 Schaden Oh, cool Und da kann man auch Gold kaufen Oh, cool Cool Cool, cool Und ich fange jetzt immer mit 65... mit 50 Dollar an Das heißt... Oh, ne Pistole 350 Schrot... Oh, Schrotflinde 500 375 Schaden Ich habe 66 Cash 335 Schaden Oh, da Bandagen 75 390 Oh, kann ich mir eh nicht leisten 375 Schaden Hm... 330 zu 190 Ach, Pistolenfragment Achso, das sind nur Fragmente, das sind keine fertigen Waffen Achso... Hm... Da kaufe ich mal die Axt Die Frage ist, verliere ich das ganze Geld wieder, wenn ich sterbe? Weil wenn ich eh das Geld verliere, wenn ich sterbe, wäre es ja sinnvoll, wenn ich jetzt noch was ausgebe und dann... Das alles ins Lager leg Ach, das kostet... 40... 40... ich habe noch 30... 40... ich habe noch 30... Naja, beim nächsten Mal sterben, mal gucken, ob wir noch das Geld haben... So, erstmal alles safen... So, das macht 330... 375... 290... Dann nehme ich wieder mal den Baseballschlächer... Ach komm, was soll's, nehme ich mal das... Hallo Waffe, ich sehe dich nicht... Hallo... Naja, aber ich habe es ausgerüstet... Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal... Gucken wir uns ein wenig weiter hier um... Ob wir mal was nützliches finden und so und leveln und... Ja, dann bis zum nächsten Mal und... Bis bald und... Ciao